So, wer der Geist und Geiserinnen, herzlich willkommen zum nächsten kleinen Artefaktwaffen-Video frisch aus der W.O.B. Legion Beta. Den Feuermagier wollen wir uns angucken auf der Suche nach unserer Artefaktwaffe. Fellow Melorn, einer uralten, elfischen, ja, Klinge, wenn man so sagen will. Auch eine schöne Schildhand kriegen wir mit erzeugt und die soll unsere Feuerzauber quasi verstärken. Und natürlich kriegen wir auch eine schöne Artefaktwaffenfähigkeit. Wie auch beim Frostmagier, den wir uns ja schon angeschaut haben, wo ich auch die, ja, Vorgeschichte quasi, da kämpfen wir mit dem guten Meryl hier gegen Katranathir in der Violetten Festung und so weiter und holen die Schmiede der Wächter. Deswegen steht auch der gute Alodi in Geistform dann neben uns und bemächtigen uns damit dieser Klassenhalle, in der wir hier sind und so weiter und so fort. Wer sich das anschauen will, sucht am besten mal die andere Magier-Quest-Reihe in meiner Playlist. Ansonsten starten wir eben hier mit der Suche nach Fellow Melorn. Wir erzeugen ein Abbild von Modera, die lustigerweise, keine Ahnung, ob das noch geändert wird, aber exakt hinter dem Abbild steht und uns das auch so hätte erzählen können. Aber, ja, wir treffen uns mit ihrem Kontaktmann und ihr selbst im Vorgebirge des Hügellandes. In Dalaran haben wir ein Portal dahin. Dieser Abgesandte ist der gute Ethers, der ja damals auch von Jaina rausgeworfen wurde. Die Sonnenwanderer sind das ja von der Fraktion, ja, diese Blutelfen. Und der erzählt uns eben bei Blutelfen, Elfenklinge, Kälters und so weiter, wo das gute Schwert sich befindet. Und wir finden uns wieder in der Eiskur und Zitadelle, wo wir hingeportet werden. Der Lichtkönig hat hier die ein oder andere Aufgabe, die ein oder andere Hürde für uns aufgestellt. Wir kämpfen uns hier durch Mobs und auch Mobgruppen. Und ihr seht schon, wo es hier eben drauf ankommt. Die wollen so ein bisschen schauen, dass wir quasi Fokus beherrschen. Das heißt, erstmal das Ziel, was uns wirklich gefährlich werden kann. Und dann diese beiden, die hier, ihr seht, so einen Raserei-Debuff haben. Das heißt, wenn die uns zu nahe kommen, abgesehen von diesem Außenbodenhauen, was wir da eben mit der Voidzone hatten, was man dodgen sollte, sollte man auch sonst in Bewegung bleiben. Was ich sehr, sehr schön finde beim Feuermagier, ist die Animation vom neuen Flammenstoß. Und die Questreihe hat aufgrund von viel Gerede, viel Wiederholung, was wir auch beim Frostmagier, wie gesagt, hatten in Form dieser Prä-Reihe und auch in Form dieser Trash-Gruppen. Weil ihr seht, es ist nicht sonderlich anspruchsvoll, wenn man es richtig macht und sich ein bisschen konzentriert. Aber es dauert eben einfach lange. Habe ich ein bisschen härter gecuttet als sonst. Das heißt, ihr könnt locker das Dreifache an Zeit rechnen, was man für die Questreihe braucht. Auch wie bei allen anderen eben auch, je nach Gier, je nach Lust und Laune und so weiter. Und ja, suchen wir hier eben die Besitzerin dieser Klinge in der Eiskronen-Zitadelle. Komisch, Feuer in der Eiskronen-Zitadelle, ja, die hier eben unter den Untoten auch wandelt. Und wo sollten die sonst sein, momentan nach den ersten Niederlagen der Geißel, die es ja in Rest zu verzeichnen gab, wo sollten die sein, wenn nicht in der Eiskronen-Zitadelle. Wir sehen, da hinten ist so eine Art Lady Todeswisper-Verschnitt auch, ein zweiter Boss aus der Eiskronen-Zitadelle. Ist aber nicht selber, sondern nur so eine, ja, weibliche Lichtform, die uns hier so ein bisschen das Leben schwer macht. Ihr seht, diese Eisblöcke, die brechen eben auch auf mit den Spuken darin, sobald wir diese blaue, ja, veraderte Zone, nenne ich es einfach mal, drumherum betreten. Das heißt, das zu dodgen ist gar nicht so einfach, denn da, wo die aufhört, fängt quasi immer dieser Wind an, der uns auch zurücktreibt. Das heißt, hier geht es einfach darum, sich einen kleinen Weg freizumachen und dann eben möglichst schnell nach hinten zu kommen. Man kann hier sicherlich auch mit Unsichtbarkeit arbeiten, sollte aber aufpassen, wenn hier wirklich die Mobgruppen mehrere einfach folgen, und das sage ich aus Erfahrung, dann hat man relativ schnell die Arschkarte gezogen, da muss man ein bisschen aufpassen. Zur Spielweise des Feuermagiers vielleicht, während wir uns mal den Kampf gegen die Gute ein bisschen anschauen, wo es auch eben vor allem um dodgen ging, aber wenn man hier Blinzeln mit in der Leiste hat, eventuell den ein oder anderen Panikeisblock, dann ist das alles eigentlich überhaupt kein Problem. Ihr seht, die Spielweise selbst ist relativ gleich geblieben wie Carsten Feuerbälle. Wenn die nicht kritisch treffen, stacken wir oben einen Buff hoch, der mit jedem weiteren Feuerball die Chance kritisch zu treffen erhöht, wird resettet, sobald er das tut. Wenn wir zweimal kritisch treffen hintereinander mit unseren Zaubern, wird der Pyroschlag oder unser Flammenstoß ein Spontanzauber. Und so ist eigentlich auch schon die Prio-Liste, beziehungsweise kleine Rota geblieben. Relativ interessant ist zum Beispiel der Funkensturm, das ist unser 100er Talent, was ich geskillt habe. Das sind diese, auf welcher Taste liegt es denn? Auf der 8, zwischen Drachen, Odem und Eisblock. Das sind diese Funkenwellen quasi, die so ein bisschen halbkreisförmig, würde ich fast sagen, hier tatsächlich ihre Bahn ziehen. Das heißt, es hat also viel mit Positioning zu tun und die eben auch ganz guten Schaden im AOE-Bereich mit so einem spontanen Flammenstoß kombiniert erzeugen können. Auch den Flammenstoß kann man skillmäßig noch ein bisschen verbessern, dass er dann eben noch eine Void auf dem Boden hinterlässt und nicht nur so einen Initialschaden quasi volle Bude reinrömmelt. Und ansonsten ist es hier relativ gleich geblieben, animationstechnisch, wie gesagt, meiner Meinung nach gut verbessert. Ein Aschern ist jetzt noch mehr reiner Wumms, dass es nicht mehr irgendwie Dots aufzehren und verstärken, sondern das erhöht einfach für ein paar Sekunden, ich hatte es ja eben an, als ich so komplett in Flammen gehüllt war, erhöht einfach unseren Crit um 100%. Macht es noch einen Zusatz-Buff? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, irgendwas hat es noch gemacht oder konnte man das gehen? Ich bin mir echt gerade nicht ganz sicher. Aber Crit, ne? Einfach Burstphase des Feuermages ist damit sehr viel zuverlässiger, ne? Wenn man jetzt eben Schmuckstück-Proc hat, Kampfrausch, Legendary-Ring-Umhang, was auch immer, in welchem Content wir uns jetzt kombinatorisch befinden, dann kann man da sehr schön reinhauen. Lyandra Sonnenwanderer ist die Besitzerin der Klinge, die uns jetzt hier auch nochmal herausfordert, ne? So ein bisschen den einen oder anderen Satz für uns bereitet. Und auch diese Sequenzen sollten animiert sein, das heißt animiert, vertont. Ne? Alles, was da unten erzählt wird, ist vertont. Der Lichtkönig, der gute Bolver, hatte auch schon eine Stimme, eine recht gute sogar, meiner Meinung nach. Ich hoffe, das gilt auch für die deutschen Stimmen. Bis jetzt haben mich diese kleinen Audio-Einlagen selten enttäuscht. Und ich hoffe, dass es atmosphärisch auch in den Artefakten, äh, nicht Quaffen-West, sondern Waffen-Quest so bleiben wird. Hier sehr schön nochmal der Flammenschluss, der haut mich ein bisschen um von der Animation her, ne? Finde ich sehr, sehr geil, definitiv. Und ich habe da gerade gesehen, wie das gar nicht so einfach ist, gerade wenn man die Feuer mit einem Drachenodem so ein bisschen desorientiert hat, ne? Dass man da gar nicht so einfach hinterherkommt, dann mit dem Setzen des nächsten Funkensturms hier, wenn man da nicht richtig steht. Aber der Schaden ist eben nicht zu verachten. Und ihr seht auch, was das Zeug für eine Reichweite hat, ne? So ein bisschen das Sperrfeuer des Feuermagiers. Und ich habe jetzt hier nochmal geschaut, ob es Sinn macht, hier nochmal irgendwie was anders zu skillen, wie das aussieht. Können wir hier aber gar nicht umskillen. Wir müssen da in einer sogenannten Ruhezone sein und vor allem nicht im Kampf. Insofern hat das jetzt wenig Sinn gemacht. Ansonsten hätte ich mir gerne noch für solche AOE-Fights die Druckwelle mitgenommen. Denn ansonsten habt ihr gesehen, wenn der Flammenstoß nicht procht, bis man den ein paar Mal gecastet hat, ist der Tag auch schon wieder um. Da muss man also eventuell ein bisschen sich umstellen. Wobei ich sagen muss, ich spiele den Feuermagier nicht aktiv momentan im Content von WOD. Ne, wenn ihr das tut, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was sich hier groß verändert hat. Und was euch jetzt schon ankotzt, wenn ihr die Aktionsleisten seht. Vielleicht fehlt euch was. Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Eben nur das, was mir auffällt. Was auch sehr schön ist, wir sind im Kampf. Das heißt, mit Essen ist ja auch nicht so viel. Ich suche mir gleich erstmal die Unsichtbarkeit raus. Und habe das dann hier, wie gesagt, probiert. Da vorne seht ihr, da ist ja unser Ziel. Und dann hätte man hier vielleicht schön durchkommen können. Problem ist, hä hä, da haben sie nämlich eine Eiswand hingestellt und die Patrouillen so aufeinander abgestimmt, dass man garantiert einen am Arsch hat. Heißt, einmal sterben, immerhin wieder voll. Und dann hier der guten und, ja, beziehungsweise ihr und ihren Minions einmal stellen. Auch ein klassischer Add-Kampf mit verschiedenen Wellen. Jetzt hier haben wir zum Glück Zeit, den Flammenstoß zu wirken. Bam, war natürlich beabsichtigt. Ihr seht auch, die Ghule sind hier so ein bisschen geslaughter unterwegs. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen auf Kritz verlassen, dass hier die spontanen Flammenstöße kommen können. Und dann jetzt ein bisschen nochmal ein Drachen oder mehr Woll. Und jetzt hätte ich mir den Funkensturm eigentlich nochmal aufheben können. Ansonsten seht ihr, hier ist es eigentlich relativ easy machbar. Wir hätten auch noch einen Haufen Cooldowns. Wir könnten hier für diese Etappe auch einfach die Spiegelbilder-Skillen, die ja dann die Aggro übernehmen. Wir haben Kampfrausch-Ready. Was man sich natürlich für den letzten Kampf gegen sie, ist ja klar, auch aufheben sollte. Aber dann wartet man halt die fünf Minuten, die es dann dann noch gibt nach diesem Add-Kampf. Das ist also relativ machbar. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Auch wenn ich die Feuer-Mage-Quest-Reihe von den Adds, die wir tatsächlich haben. Aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich, wie gesagt, überhaupt nicht groß aktiv gespielt habe, die letzten Add-Ons. Finde ich es noch mit anspruchsvoll, wie gesagt. Ich musste euch viel cutten, weil es eben viel zu töten gab. Aber vielleicht ist auch der Schaden noch nicht völlig skaliert. Also da kann ich gar nicht jetzt eine hundertprozentige Aussage treffen, warum das so war. Vielleicht war es einfach nur meine eigene Unfähigkeit. Ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut hier. Ich finde den Kontrast relativ nice. Das ist auch allein dieses Feuer-Ding jetzt hier schon wieder ein ICC zu suchen. Finde ich in Anbetracht der Vielfalt an Artefakt-Quest-Reihen und eigentlich der wenigen Vielfalt in Sachen Schauplätze, Gegner und Quest-Design. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Wo einen mit dem zweiten Twink quasi das Ganze noch umhaut, kann es sich mit dem dritten in Sachen Charaktere und Schauplatz und so weiter, kann sich das schon ein bisschen wiederholen. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Aber gut, die Zitadelle ist groß und ich glaube beim Feuermagius ist es hier eher ein gutes Gegenbeispiel für diese These, dass derselbe Ort nicht unbedingt auch dieselbe Quest sein muss, wie zum Beispiel beim Frost-Todes-Ritter, wo wir hier auch die Splitter von Schattengram suchen. Und finde ich eigentlich ganz schön gemacht hier. Wir sind jetzt in den Hallen des Blutes, das kennen wir noch hier, bekämpfen wir die drei Prinzen, bevor es zu der Blutkönigin geht. Und ich habe einfach gedacht, wir hauen mal vor der Bude rein in die Gute. Und ich weiß jetzt nicht genau, warum ich hier noch nicht ein Äscher gezogen habe. Wollte ich mir, glaube ich, aufheben, weil ich noch nicht wusste, was passiert. Ihr seht hier, die hat eben auch Feuerzauber-Bereich, die trägt ja auch die Klinge, wenn ich mir jetzt nicht irre. Jetzt hier mit ein Äschern rein und natürlich perfektes Timing, oder? Soviel zu, ich heb mir die Cooldowns auch super, läuft komplett aus, mega geil. Und sie belebt jetzt hier so einen kleinen eigenen Lord Marker quasi, den man wirklich dodgen sollte. Uns kommt jetzt Ethers zu Hilfe, der gute Sonnenhäscher, habe ich vorhin Sonnenwanderer gesagt? Sonnenhäscher sind das natürlich die Fraktion. Ihr seht, wie der reinhaut, also Moven muss man hier definitiv. Ansonsten kriegt man hier garantierte Probleme. Und der hält die eben auf, sodass wir in Ruhe das Tierchen hier besiegen können. Ist unserer magischen Spur gefolgt und wir sollen uns jetzt hier... Und ihr seht, es war auch nicht schwer, ich hätte einfach rausgehen können, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber man ist ja als Magier an und für sich faul. Insofern ist das mit meiner grundsätzlichen Faulheitshaltung schon mal eine schlechte Kombination. So, meine Geduld ist erschöpft. Ethers hat sich erstmal hingelegt, auch der hatte keine Lust mehr. Und jetzt habe ich hier ein bisschen mitgefiebert. Ich dachte, nee, das wird eine arschknappe Sache. Guckt mal die Eisbarriere, wie viel Schaden ihr Feuerball bei uns macht. Zack, zimmert das Ding eben mit zwei Treffern weg. Ich dachte mir, ja, es wird eine knappe Sache. Ja, es wird eine wirklich knappe Sache. Eisblock vielleicht nochmal ziehen, auf den Cooldown warten. Wie ist es jetzt am besten? Und ich wusste nicht, was passieren wird. Ich wusste es einfach nicht. Denn dort tickt sie noch ein bisschen runter. Ihr seht, ich habe hier keine Glüfe von wegen regeneratives Eis, was man hier jetzt gegenreckt oder so. Aber die Eisbarriere, die ist eben wieder ready. So, ein bisschen hier Feuermage-Plays. So ein bisschen Drachenodem ins Face. Eisbarriere wieder an. Äh, Feuermage-Plays, Eisbarriere wieder an. Klasse, ne? Und da haben wir sie besiegt und die Klinge eben fallen gelassen. Der Flammenstoß, die letzte Phase. Und wir können sie nehmen. Ethers ist wieder auf dem Bein. Damals ausgeschlossen von Jaina Prachtmeer, als ihr richtiger Hordenass angefangen hat. Ne, war ja das Hordenpaar da eigentlich oder die Vertretung in Dalaran. Und ist jetzt hier eben so ein bisschen. Deswegen Modera ist ja eigentlich eine sehr aufgeschlossene Magierin, auch im Rad der Kirin-Tor. Und hat dementsprechend hier den Kontakt wieder hergestellt. Und ja, Khadgar hat ja Jaina, Major-Lore-Spoiler-Ink, auch rausgekickt aus dem Rad, weil Jaina eben nicht einsehen wollte, dass wir die Horde, die Magier der Horde in Dalaran auch einen müssen, um uns dieser Legion-Bedrohung zu stellen. Darum konnte der uns jetzt hier auch relativ einfach helfen. Ja, da haben wir sie. Schönes Ding. Wir haben auch ganz klassisch Klinge von Keltas und so weiter. Ne, Elfen-Klinge, diese drei Sphären. Kennen Heroes of the Storm-Spieler natürlich in grün von Keltas, dem ehemaligen Blut-Elfen-Prinz. Und ja, haben diesen Phönix-Schlag, ich glaube Phönix-Strike, was aufs Englisch, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen war, wo wir tatsächlich einfach einen Flammen-Phönix nach vorne schicken, der dann ordentlich Schaden macht und auch eine schicke Animation hat. Also in Sachen Animation wurde beim Feuermage einiges an Holz ins Feuer geworfen, ne, um eine Stichflamme des wunderschönen Visualisierens zu erzeugen. Boah, was ich hier für metaphorische Bilder wieder male, ne, unglaublich. Und ja, relativ schöne Questreihe, die ihr, wie gesagt, seitlich ein bisschen hochrechnen müsst und euch, glaube ich, auch als Feuermage ein bisschen, ja, das heißt fordert, aber man kann sich auf das, was neu ist, glaube ich, durchaus freuen. Ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Feuer- oder Arcan-Magier als eine kontrolliertere Burstphase und kann sich dann hier im Rahmen dieser Artefakt-Reihe sehr, sehr schön warm spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, wenn ihr aktiv Magier spielt, schreibt mir unbedingt gerne, ich bitte euch, eure Kritikpunkte und alles so ein Kram, was da reinspielt, weil ich hab diesmal nicht viele, weil ich nicht aktiver Spieler. Insofern bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Ciao, haus.